Hallo, mein Name ist Lennart Moss, ich bin der Geschäftsführer der Scharnebecker Mühle GmbH. Wir sind ein Familienunternehmen in jetzt fünfter Generation. Wir stellen hochwertiges Tierfutter her für Züchter in ganz Deutschland und europaweit. Wir haben 35 Mitarbeiter und wir sind froh hier in der Region zu sein, weil wir sowohl hier auf dem Land leben, im dörflichen Charakter, aber es trotzdem nicht weit haben zu den nächsten Städten und Hotspots mit Hamburg und Lüneburg, hier gleich nebendran. Unsere Mitarbeiter kommen auch alle hier aus der Region bzw. leben hier und ich selber auch. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und bin nach meinem Studium jetzt auch wieder hierher zurückgekommen, lebe hier, verbringe meine Freizeit hier und finde das eigentlich toll, die Symbiose zwischen Landleben und auch dem Städtischen. Da kann sich jeder dann das holen, was er gerade braucht.